10, 12, 14, Deutschland unter dem Hammer. 600 Euro zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten an die 84. Immer mehr mittelständische Unternehmen gehen pleite. Wie diese Versteigerung in Hamburg zeigt. Ein alteingesessenes Küchenstudio musste Insolvenz anmelden. 350 Posten sind gelistet. Einbauküchen, Tiefkühltruhen, Tische, Stühle, Töpfe und Pfannen. Alles hochwertig und jetzt ein Fall für die Resterampe. Jürgen Philippi ist Auktionator. Er sorgt dafür, dass insolvente Firmen durch die Versteigerungen wenigstens einen Teil der Schulden bezahlen können. Zurzeit betreut er viele solche Auktionen. Immer mehr Betriebe müssen aufgeben. Oft eine Kettenreaktion, wie der Auktionator erklärt. Wir sehen bei uns, dass die Baubranche gewaltig in die Knie geht. Das heißt, der normale Hausbau, ein, zwei Familienhäuser, sind der Bereich, der momentan überhaupt nicht mehr läuft. Wir kennen bei uns Bauunternehmen. Die haben einen Einbruch von 90 bis 95 Prozent. Die hatten letztes Jahr 32 Häuser noch in der Planung drin. Dieses Jahr sind es eins oder zwei. Und sie wissen nicht, ob die Häuser letztendlich wirklich noch gebaut werden. Kein Neubau, keine Einbauküchen. Die Nachfrage ist im Keller. Auch die Endverbraucher kämpfen mit gestiegenen Kosten und sind zögerlich bei teuren Neuanschaffungen. Doch hier, bei der Auktion, gibt es Nachlässe bis zu 70 Prozent. Attraktive Schnäppchen in Krisenzeiten. Und es wird voll. Immer mehr Kunden sind bereit, dafür einiges auf sich zu nehmen. Ja, und sie kommen von sehr, sehr weit her, weil ich kann ruhig mal von 500 Kilometer anreisen, um nachher irgendwo 10.000, 20.000 Euro oder mehr an einer Küche zu sparen. Bei solchen Schnäppchen schlägt jeder zu. Und die Kunden sind zuversichtlich für die heutige Auktion. Wir wollten Einzelgeräte kaufen. Wir sind jetzt handwerklich nicht so, dass wir eine ganze Küche kaufen und die einbauen. Wir haben auch eine schöne Küche. Wir brauchen nur Einzelgeräte. Das ist eigentlich der Plan. Normalerweise ist die Küche, die man hat, ja 10 bis 20 Jahre alt. Aber umbauen tut man ja auch nicht. Wenn man nachher zum halben Preis oder noch darunter was kriegen kann, dann hat man trotzdem Schnäppchen gemacht. Also wir werden jetzt hier nicht Millionen lassen, aber wir würden was Kleines mitnehmen wollen. Los geht's mit der Versteigerung. Alle, die sich mit einer Nummer angemeldet haben, können mitbieten. Die Interessenten sind so zahlreich, dass die Auktion nach draußen verlegt wird. Jürgen Philippi erklärt, jeder soll bei Interesse seine Nummer so lange hochhalten, bis ihm der Posten zu teuer wird. So bleibt Schritt für Schritt nur noch der Endbieter übrig. Die Versteigerung wird ein voller Erfolg. Mehr als 90 Prozent der Konkursmasse hier wechselt ihren Besitzer. Die Kunden sind zufrieden, egal ob über eine ganze Küche oder auch nur ein einzelnes Teil. Wir hatten vorhin eine Küche zu kaufen, haben eine Küche jetzt gekauft. Wir haben jetzt bezahlt 4.400 Euro und die hätte wahrscheinlich mehr als das Doppeljahr. Also eher das vier- bis fünffache Kurset. Wir haben ein Limit gesetzt und dieses haben wir auch wirklich einhalten können. Also es ist zweimal genau so ausgegangen, wie wir es uns überlegt hatten. Wir haben bestimmt 20.000 Euro gespart heute. Mehr als 200.000 Euro sind herausgesprungen für das pleitegegangene Küchenstudio. Das Geld wird dann an die Gläubiger verteilt. Der überraschende Ansturm im Kleinen ist für Auktionator Philippi symptomatisch dafür, dass etwas im Großen ganz und gar nicht mehr stimmt. Wir kriegen jetzt wesentlich mehr Endverbraucher, weil die auch merken, wo kann ich sparen. Und das ist im Rahmen der Auktion bei uns mit Sicherheit der Fall. Und dadurch ist dieser extreme Andrang heute gewesen, mit dem wir eigentlich nicht gerechnet hatten, sind hier, weil überall wird gespart. Die Wirtschaft ist nicht besonders gut momentan. Aus meiner Sicht wird es in den nächsten Monaten noch viel, viel schlimmer werden. Die Kunden tragen derweil ihre Schnäppchen nach Hause. Sie profitieren von den Insolvenzen. Die Kunden tragen derweil ihre Schnäppchen nach Hause.